Neue Funktionen in Revit 2025 Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen in der aktuellen Version von Autodesk Revit. Technische Details finden Sie in den Versionshinweisen. Auswählen Version 2025 Highlights Verbesserungen bei Geländemodellen Community ID, Werkzeuge und Funktionen wurden verbessert, sodass sie mit Geländemodellelementen in ihren Modellen verwendet werden können. Die neue Revit Startseite, Technology Preview Verwenden Sie den Schalter Neue Revit Startseite, um die neue Startseite mit weiteren Funktionen auszuprobieren. Nach PDF exportieren im Hintergrund Der PDF Export kann im Hintergrund ausgeführt werden. Während der PDF Export ausgeführt wird, können Sie die Arbeit an Ihrem Modell fortsetzen. Erstellen von Wänden mit automatisch verbinden und sperren Community ID, Sie können eine neu erstellte nicht tragende Wand automatisch mit der angrenzenden Wand verbinden oder diese verbinden und aneinander fixieren, um den Modellierungsprozess beim Arbeiten mit mehreren Wänden zu beschleunigen. Objektfänge für die Formbearbeitung Verbesserungen am Fangverhalten beim Arbeiten im Formbearbeitungsmodus ermöglichen es Ihnen, interne Punkte und Kanten zu ignorieren und den Z-Wert von Elementen als Fangpunkt zu verwenden. Plansammlungen Community ID, mit der Funktion Plansammlungen können Sie jedem Plan im Modell flexible Gruppierungen zuweisen. Mehrfachausrichtung Sie können jetzt mehrere Bauelementschlüsse, Texte und Beschriftungen ausrichten und verteilen. Kategorie-Zuordnungsvorlagen für den EFC-Export Verwenden Sie Vorlagen zum Anpassen der Revit-Kategorie-Zuordnung für EFC-Exporte. Bearbeiten der Teile-Typ-Geometrie, MEP Fabrikation Data Manager Technology Preview. Bearbeiten Sie die im Produkt aufgelistete Teile-Geometrie im Teile-Editor des Fabrikation Data Managers. Analytische Luftkanal- und Rohrsegmente Community ID, prüfen und visualisieren Sie Druckverlust- und Volumenstromdaten in Entwurfs- und Fertigungsnetzen. Analytische Segmente werden in der Benutzeroberfläche als Teilelemente angezeigt. Diese Segmente können ausgewählt, beschriftet und in Bauteillisten aufgenommen werden. Verbesserte Steuerung von Beschriftungen in Biegeform-Auszügen Community ID, passen Sie die Position der eingebetteten Beschriftung und die Bemaßungen innerhalb der Biegeform-Auszüge an. Parametrisches Stoßen für typische Bewährung Community ID, stoßen Sie eine oder mehrere Bewährungsverlegungen an der ausgewählten Position oder nach Länge und ändern Sie die Stöße nach Bedarf. Weitere Funktionen Steuerelement für Wandabschlüsse im Ansichtsbereich Community ID, steuern Sie die Wanden der Abschlussbedingungen mit Steuerelementen in Draufsichten. Importieren, exportieren von Step-Dateien Erweiterte Unterstützung für den Export von CAD-Dateien in Step-Dateitypen Importieren, verknüpfen Sie Step-Dateien oder exportieren Sie 3D-Ansichten in Step-Dateien. Verbesserungen bei Betriebsplänen Erstellen Sie komplexe Betriebspläne, um die Gebäudenutzung bei einer Energieanalyse genau darzustellen. Verbesserte Vektorverarbeitung Die Vektorverarbeitung beim Drucken, Exportieren in PDF und Exportieren in CAD-Formate für Ansichten mit transparenten Elementen wurde verbessert. Konsistenzprüfung für MIP-Modelle Führen Sie eine Modellkonsistenzprüfung durch, um Verbindungsinkonsistenzen zur schnellen Korrektur anzuzeigen und zu überprüfen. Verwenden von Positions- und Hauptteilnummern aus Advanced Steel in Revit Community ID, erstellen Sie allgemeine Übersichtszeichnungen für Stahlprojekte mithilfe von Revit, um eine bessere Verbindung zwischen Entwurf, Fertigung und Konstruktion zu erzielen, indem Sie die Positions- und Hauptteilnummern aus Advanced Steel importieren. Dynamo Updates 3.0.3 Dynamo 3.0.3 bietet erstmals eine Paketverwaltung an einem zentralen Ort, eine Blocksuche nach Kategorie, verbesserte Revit-Beispieldiagramme und vieles mehr. GBXML Update Revit unterstützt jetzt die neueste Version von GBXML V703. Bauteilsuche, MEP-Fabrikation Data Manager Technology Preview Über die optimierte Benutzeroberfläche des Fabrikation Data Managers können Sie einfacher und schneller nach Bauteildaten suchen. Hochladen und Zuweisen von Bildern, MEP-Fabrikation Data Manager Technology Preview Laden Sie Bilder hoch oder generieren Sie sie aus dem Modell und weisen Sie sie teilen zu, damit Benutzer die Teile leichter visuell identifizieren können. Ausrichtung lokaler Koordinatensysteme für analytische Schalen und Elemente Verwenden Sie die Werkzeuge für lokale Koordinatensysteme für analytische Elemente und Schalen, um die Ausrichtung und Richtung der Achse zu bestimmen. Schematische Biegeformauszüge für Bewährungsbeschriftungen Verwenden Sie schematische Biegeformauszüge mit eingebetteten Beschriftungen, um Anweisungen zum Biegen von Bewährungen anzuzeigen. Festlegen von Darstellungsoptionen für mehrere Bewährungsverlegungen gleichzeitig Wählen Sie Stäbe aus, die aus mehreren Bewährungsverlegungen angezeigt werden sollen. Hervorheben von Stäben, die die maximale Länge überschreiten. Überprüfen Sie visuell die Stäbe, deren Länge angepasst werden muss. Verhindern unerwarteter Änderungen am Bewährungsmodell Community D Deaktivieren Sie die Bewährungsabhängigkeiten für einzelne Formgriffe, um Änderungen an Stäben zu blockieren, wenn sich die Betongeometrie ändert. Die Funktion Teilen für Tragwerke und Stützen mit Stahlverbindungen Die Werkzeuge Teilen und mit Lücke trennen sind für Stahltragwerke und Stützen verfügbar, die über Verbindungen verfügen. Beschriften und Bemaßen von Stahlverbindungskomponenten Sie können einzelne Komponenten von Stahlverbindungen beschriften und bemaßen. Vorhandene Beschriftungen und Bemaßungen werden beibehalten, wenn Sie die Verbindung lösen. Aktualisierter Regelsatz für die Verbindungsautomatisierung Automatisches Platzieren typischer Verbindungen mit weniger Skripten Alphanumerisches Sortieren von Parametern Sie können die Projektparameter sowohl in der Eigenschaftenpalette als auch im Dialogfeldtypeneigenschaften alphanumerisch sortieren. Verbesserungen im Materialbrowser Community D Der Materialbrowser wurde verbessert, um die Arbeit mit Materialien in Ihren Modellen zu erleichtern. Zu diesen Verbesserungen zählen eine schnellere Darstellungsvorschau und die Möglichkeit, Materialien gebündelt aus dem Modell zu löschen oder zu Bibliotheken hinzuzufügen. Pfosten mit mehreren Schleifen Fassadenpfosten können jetzt Profile mit mehreren Schleifen verwenden. Verbesserungen bei der Suche im Projektbrowser Bei der Suche im Projektbrowser können Sie alle untergeordneten Knoten anzeigen, wenn der übergeordnete Knoten die Schlüsselwörter enthält. Dunkles Farbschema für freigegebene Ansichten Das dunkle Farbschema ist jetzt für die Benutzeroberfläche der obersten Ebene in freigegebenen Ansichten aktiviert. Koordinationsmodelländerungen Sie können jetzt mithilfe der Funktion Koordinationsmodelländerungen Änderungen zwischen zwei Versionen eines verknüpften Koordinationsmodells von Autodesk Docs überprüfen, nachdem Sie ein Koordinationsmodell verknüpft haben. Reihen von 1 und 0 in Familien Sie können jetzt sowohl lineare als auch radiale Reihen im Familieneditor auf Werte von 1 oder 0 testen. Zuordnen von Formteilen in der MIP-Fertigung Zur Verbesserung der Zuverlässigkeit können Sie Formteile zuordnen, wenn Sie Entwurfselemente in Fertigungsteile konvertieren oder die Kategorie ändern. Einphasige elektrische Bauteile Für elektrische Lasten- und Verteilersysteme wird jetzt der Modus 1-phasig unterstützt. Deaktivieren der automatischen Generierung von Markierungsnummern Die automatische Generierung von Markierungsnummern für bestimmte MIP-Kategorien wurde deaktiviert. MIP-Parameter Community ID Neue Parameter wurden zu Datenschalttafeln und Fertigungsluftkanälen hinzugefügt, um die Arbeitsablauffunktionen zu verbessern. Erstellen von Berichten zu Niederspannungsschalttafeln Die Stromlasten von Niederspannungsschalttafeln werden in den verbundenen Stromkreisen angezeigt. Makro-Manager Ein neues Werkzeug für die Makro-Verwaltung ersetzt die IDE, die in früheren Versionen von Revite zum Erstellen und Verwalten von Makros verwendet wurde. Aktualisierung der Filter für Disziplinen Die Filter für Disziplinen im Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit, Grafiken wurden entsprechend dem Kundenfeedback aktualisiert. Verbesserungen an der Benutzeroberfläche Optionsleiste Die Steuerelemente, die sich zuvor in der Optionsleiste befanden, wurden in die Eigenschaftenpalette und die Multifunktionsleiste verschoben. Unterstützung für horizontale Koordinatensysteme Zur Optimierung der Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit wurden fünf horizontale Koordinatensysteme hinzugefügt. Upgrade auf .NET 8 Revite wurde aktualisiert und enthält nun das Microsoft .NET 8 Framework. Verbesserungen für Extensible Storage Extensible Storage wurde umstrukturiert, um Schemakonflikte zu minimieren und Arbeitsabläufe zu optimieren. Ich habe die��worte bereits Kurt Untertitel der Pa.? Mstory Eingang W W W